Guten Tag bei der Fortsetzung des Time-Interval-Countings im Picosekundenbereich. Ich werde mir hier ein Praxisbeispiel mal vorstellen. Sie sehen hier ein Rubidium-Standard, ein PRS10 von Stanford mit einem nachgeschalteten Bandpass hier. 10 MHz Bandpass, damit ich ganz saubere Signale habe, sicher keine Oberwelle. Und dieses PRS-C, dieser Rubidium-Standard, ist mit einem U-Blocks-GPS-Receiver mit einem 1-PPS-Ausgangssignal synchronisiert oder eben sintonisiert, so dass ich die kurzfristige Stabilität des Rubidiums mit der Langzeitpräzision des GPS-Ds kombinieren kann. Diese Kombination bewährt sich, man muss allerdings Geduld aufbringen. Bis die beiden Systeme wirklich synchronisiert sind, dauert es ab und zu Tage. Also nicht Stunden oder Minuten, sondern Tage. Natürlich kann man den Rubidium-Standard auch gerade so stand-alone einschalten, das geht auch. Ist auch sehr stabil, aber wie alle Oszillatoren eben nicht unbedingt präzise. Also das ist das Ausgangssignal und dieser Rubidium-Standard werden wir nun als DUT, also Device-Center-Test, mal mit der Single-Mixer-Methode prüfen. Damit das funktioniert, brauche ich drei Sachen. Erstens einen Local Oscillator, der die Differenz zum zu untersuchenden Signal macht. Ich habe dazu mein Segment 2042X eingesetzt, mit einer Sinusform und eben 9.9999 MHz. Das entspricht dann genau diesen 100Hz-Differenz zur zu prüfenden Referenz, die 10 MHz hat. Ich werde das korrigieren. Die Amplitude werde ich auf 2 Volt RMS zum Beispiel einstellen und überprüfen jetzt, ob ich wirklich diese 100Hz habe. Sonst werde ich noch die Amplitude so korrigieren, dass ich ein stabiles Signal habe. Das wichtigste Element, das wir benötigen, ist der Mixer. Den sieht man hier. Der Ausgang des Mixers hier geht auf den Frequenzzähler. Hier, Frequenzzähler. Hier habe ich den Eingang des DUT, des zu überprüfenden Oszillators. Hier ist mein Rubidium-Referenz-Signal, das hereinkommt. Und hier ist der Local Oscillator, der von meinem Segment-Funktionsgenerator kommt, mit dieser 100Hz-Differenz, also 9,9999 MHz, mit dem Mixer komme ich dann auf diese berühmten 100Hz. Das Problem ist ja, oder das Problem ist kein Problem, man muss aber wissen, dass ein Mixer beide Frequenzen macht, also die additive und die subtraktive. Es gibt eben auch 10 plus die 9,99, also es gibt knapp 20 MHz. Deshalb braucht man eben diesen Low-Pass-Filter, der im Schema angezeigt ist. Den Low-Pass-Filter, den sieht man hier, den habe ich hier eingeschaltet. Das ist ein 100kHz-Low-Pass. Also alles, was über 100kHz ist, wird gedämpft. Das reicht völlig aus. Man kann selbstverständlich noch andere Varianten wählen. Ich habe zum Beispiel auch die Möglichkeit, noch ein Kron-Audio-Filter dazwischen zu schalten, aber jetzt für diese 100Hz, die ich eingestellt habe, reicht das völlig aus. Was wir nun machen, als erstes, ist zu überprüfen, ob wir wirklich diese Heterodin-Frequenz, also dieses Verhältnis, erreichen. Wir sollten hier 100Hz haben. Ich muss das Gate ein bisschen erhöhen, weil sonst das unstabil ist. Also ich gehe mal auf eine Sekunde Gate. Und dann schauen wir, wie die Frequenz aussieht. Also 100Hz. Ja, also, das variiert wirklich nur ganz, ganz wenig. Also 100Hz. Und jetzt, was wir jetzt machen, jetzt messen wir nur noch die Periode. Also das heisst, wir schalten jetzt um auf Periodenmessung. Und dann können wir direkt, via Timelab zum Beispiel, können wir die Frequenzabweichungen und die Allen oder Hadmart Deviation messen. Das werde ich Ihnen kurz zeigen. Also jetzt schalten wir um auf Periodenmessung. Und was wir jetzt sehen, sind Picoseconden. Also wir sind jetzt hier bei Sekundenanzeige. Und da haben wir jetzt diese gewollte Auflösung. Wir könnten jetzt noch skalieren. Das werde ich auch noch versuchen. So, ich habe nun die Skalierung eingestellt, damit ich nicht mehr Sekunden habe, sondern Mikrosekunden hier. Ich anzeige, vielleicht sieht man das. Hier sind jetzt Mikrosekunden. Und jetzt wird es lustig, also ich habe jetzt hier Nullpunkt und dann drei, sechs Stellen. Und nach der sechsten Stelle habe ich neun oder zehn. Das sind jetzt Picosekunden. Also 10 hoch 6 plus 10 hoch 6. Die 10 hoch 12 haben wir jetzt. Also wir haben jetzt Mikrosekunden und dann noch sechs Stellen hinter dem Komma. Das sind Picosekunden. Also ich kann jetzt 9 Komma oder 10 Komma irgendwelche Picosekunden ablesen. Und das machen wir nun jetzt auch auf dem Erfassungsprogramm, auf dem Datenerfassungsprogramm, dem Programm, das da Timelab heißt. Und auswerten tun wir das direkt mit Timelab. Die Möglichkeiten von Allen Deviation oder Allen Variation sind dort limitiert auf zwei Versionen. Und man kann dann die Daten exportieren auf Stable 32. Und dort gibt es dann unendlich viele Möglichkeiten. Das werden wir kurz zeigen. So, ich bin nun auf den PC gewechselt. Habe Timelab gestartet. Im Moment aktuell ist die Version 1.4. Den Link haben Sie im ersten Video bereits gesehen. Kann man downloaden. Ist Freeware. Oder eben frei erhältliche wenigstens. Und mit dieser Software kann ich jetzt via GPIP. Das ist natürlich spezifisch bei meinem Zeller. Andere haben vielleicht einen USB-Anschluss. Kein Problem. Ich gehe jetzt hier auf Acquire. Und hier hat man bereits ganz viele verschiedene Frequenzzäle, die vorgegeben sind. Glücklicherweise habe ich hier meinen 53131A. Den wähle ich aus. Und wenn ich jetzt den ausgewählt habe, sehe ich hier, welche Anschlüsse zur Verfügung stehen. Ich habe den National Instruments Adapter, der GPIP. Der wird ausgewählt. Ich sage mal, ich wähle das DUT ist ein PRS10. Ich sage mal, dass ich hier ein Bandpass eingeschaltet habe. Man kann hier beliebige Kommentare angegeben. Dann habe ich das Single Mixer Methode. Das geht. Ich werde da mal 0,1 Sekunden Time Intervall, Sampling Intervall sagen. Hier ist es eben nicht Frequenz, sondern Time Intervall. Wähle ich wählen. Und jetzt haben wir noch den Skalierungsfaktor. Wir haben ja eine Überhöhung von hoch 5. Und da muss man eben jetzt den Skalierungsfaktor eingeben. Wenn man möchte, man kann das auch, die Allen Deviation wird unverändert sein, ob man jetzt den Skalierungsfaktor eingibt oder nicht. Das spielt keine Rolle. Aber für die Anzeige der Frequenzabweichung ist der Skalierungsfaktor noch ganz gut. Wir wissen, dass wir eine Überhöhung von 5 haben. Das haben wir in den Berechnungen gezeigt. Jetzt geben wir hier E1 hoch 5 ein. Das ist alles. Und jetzt starten wir die Messung. Ich habe noch die Akquisition um ein paar Sekunden verzögert, damit der Start ein bisschen problemloser geht. Und jetzt messen wir direkt diese Periodendauer. Sie sehen, wir sind jetzt tatsächlich bei einer Auflösung. Ich möchte nochmal betonen, Auflösung gleich nicht Präzision. Wir sind bei einer Auflösung von sagenhaften Pico-Sekunden hier. Und die Frequenz wird jetzt im 0,1-Sekunden-Takt aufgezeichnet. Wenn ich noch hier die Tickmarks anzeige, sieht man, dass man eben zwischen diesen Sekunden 0,1-Sekunden misst. Und dann sieht man auch, die Messpunkte sind nicht nur auf der Linie, sondern auch dazwischen kann man die Messpunkte sehen. Was wir jetzt noch machen können, ich habe hier ein Averaging-Window. Also das Fenster wird gemittelt auf 20 Sekunden. Das ist viel zu viel. Ich gehe jetzt da zurück auf zum Beispiel eine Sekunde. Dann sehen wir unmittelbar, was passiert. Das ist jetzt der Fall. Wir sehen jetzt hier ganz genau, was innerhalb der Sekunde passiert. Das ist eine ganz interessante Sache. So passiert jetzt das. Was wir jetzt können, wir können direkt hier messen, können wir die Allen-Deviation, die Modified Allen-Deviation und die Hadamar-Deviation anzeigen. Und sogar noch die Time-Deviation. Allen-Deviation wird eigentlich heute nicht mehr benötigt oder nicht mehr eingesetzt. Gut ist Modified Allen-Deviation oder Hadamar. Ich werde Ihnen rasch dann die Unterschiede zeigen. Die Modified Allen-Deviation hier zeichnet jetzt auf die Qualität, die Stabilität dieses Signals. Und wir sehen, dass wir schon bei einer Sekunde hier eine hervorragende Performance sehen können. Nochmals, ob das absolut richtig ist, weiß ich nicht. Vermutlich nicht, weil wir kumulieren ja den Fehler des Rubidium-Standards mit dem Fehler des GPS-DOs. Beide sind ja ungefähr gleich gut. Also man sollte als Referenz eine zehnfach bessere Referenz haben als das, was wir prüfen. Das ist hier nicht der Fall. Also die Fehlerquote ist groß, aber wenn wir immer gleiche mit gleichen Fehlern vergleichen, dann ist das durchaus zulässig und man kann das so machen und es gibt auch immerhin einen guten Einblick. Wir wissen, was etwa langfristig erreicht werden kann mit einem GPS-DO. Das sind Werte, die im Bereich von 10 hoch minus bis 15 reichen. 13, 14, 15. Kurzfristig sicher bis 13, 14. Das ist durchaus möglich. Mittelfristig ist das Rubidium besser, langfristig ganz sicher das GPS-DO. Was wir jetzt machen können, wir schauen hier uns noch die Phase an. Das ist der Phasenunterschied. Also das Phasenverhalten ist eigentlich der wichtigere Wert. Was wir jetzt machen können hier unter Timelapse, wir gehen jetzt auf Exportieren die Daten. Es sind zu wenig Daten jetzt, aber immerhin nur um zu zeigen, was möglich ist. Wir exportieren diese Daten nach Stable 32, das ist der Quasi-Standard. Und jetzt gehen wir und schauen mal, was wir hier machen können. Und hier haben wir allen Overlapping, also alle möglichen Varianten, die es gibt. Und natürlich Vorteile und Nachteile. Ich gehe jetzt wieder zur Modified Allen, damit wir genau dasselbe haben. Kalkulieren das und plotten den Wert. Und jetzt haben wir den Vergleich. Wenn wir hier den Wert vorhin anschauen, hier, Moment, der wackelt jetzt ein bisschen, kein Problem. Wir werden das da in die Mitte schieben. Hier, jawohl, das ist die Allen Deviation hier. Wir sind hier etwa bei 10 hoch, 6,5 mal hoch, minus 13. Und wenn ich das vergleiche mit dieser Variante hier, auch Modified Allen, stimmt das durchaus überein. Das ist eine hervorragende Geschichte. Wenn das übereinstimmt, man kann das auch messen hier, hier zum Beispiel, dann sieht man auch deutlich, welchen Wert man hier bei diesen Sekunden hat. Damit alles ganz genau ist, sollte man das jetzt mehrere Stunden laufen lassen. Das sind so 1000 Sekunden, 10.000 Sekunden sind gute Werte. Dies eigentlich noch nur, damit man das mal gesehen hat, wie das funktioniert. Und jetzt werde ich Ihnen noch ein paar Eckdaten zum Vergleich zeigen, damit man auch sieht, wohin und was da erreichbar ist. Hier habe ich mal ein Beispiel, damit man sieht, was die verschiedenen Varianz-Tippen überhaupt für eine Bedeutung haben. Meistens arbeite ich hier beim Timelight mit Modified Allen. Und hier kann man auch noch das Weiße und das Frequenzrauschen sehr gut anzeigen. Das ist bei meinen Geräten nicht unbedingt der Fall. Deshalb ist Hadamar eigentlich die Wahl, die ich meistens habe. Und hier wird der Frequenz-Drift ausgeblendet. Also wir haben dann die Drift der Frequenz nicht auch noch in der Deviation. So, Hadamar ist eigentlich ganz eine gute Geschichte. Dann gibt es Overlapping-Hadamar, das ist noch ein bisschen besser. Dann die Total, das sind ein bisschen noch Exoten-Total und Modifier-Total, sind ein paar Exoten. Das noch zur Erklärung zu Allen und Overlapping und Modifier-Allen, wie sich die unterscheiden. Noch zum Abschluss dieses Tests vielleicht noch diese Vergleichstabelle, was man so erreichen kann. Nach einem Tag, also vielleicht kurz mal, was wir hier haben, ich habe hier ein Lubidium und ein GPS-TO. Welche diese beiden Teile vergleiche ich jetzt. Natürlich, wie gesagt schon, nochmals ganz wichtig zu wissen, dieser Vergleich hinkt, weil ja die Genauigkeit des Rubidiums nicht wesentlich besser ist als die des GPS-TOs. Also man müsste schon Cesium zu Rubidium vergleichen, damit man auch Werte hat, die dann vergleichbar sind mit professionellen Analysen. Diesen Anspruch haben wir ja nicht. Also, die Stabilität, die nach einem Tag erreicht werden kann mit einem Rubidium, ist etwa 2 mal 10 hoch minus 12. Interessanterweise, schon nach einem Tag haben wir mit dem GPS-TO die höhere Genauigkeit. Nicht die höhere, also die höhere Stabilität bereits nach einem Tag. Was jetzt wichtig ist, ist auch noch das Alteren des Rubidium. 5 mal 10 hoch 11 pro Monat, das ist also praktisch unerheblich. Beim GPS-TO haben wir keine Alterung, weil wir ja laufend immer wieder die neuen Daten abrufen. Also, wenn wir nach einem Monat die Stabilität eines GPS-TOs mit der Stabilität des Rubidiums vergleichen, haben wir Teile, also irgendwo im 10 hoch minus 15 Bereich sind wir in der Stabilität. Das ist enorm. Reicht man, wenn man ein GPS-TO einen Monat ununterbrochen laufen lässt? Ich würde da vorsichtig sein, deshalb habe ich das eingerahmt. Also, wenn Sie 10 hoch minus 13, 2 mal 10 hoch minus 13 erreichen, dann haben Sie schon sehr gute Konfigurationen. Es hängt ja auch immer von der Antenne ab, von der freien Sicht, von der Anzahl von sichtbaren Satelliten. Das ist noch ein ganz anderes Thema, wenn Sie sich mit GPS-TO befassen, ist das noch mit vielen anderen Unwägbarkeiten verbunden. Das als Vergleichstabelle zum Abschluss meiner kurzen Präsentation. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald.